Hallo und willkommen zurück hier zu StarCraft 2 Legacy of Royale. Im Hintergrund redet gerade die Folge für heute und wir machen natürlich weiter, denn ich bin gespannt, wir ohnehin, äh... Und jetzt geht's weiter. Sigma Quadrant, Planet Ataris. Atrias, ups. Okay. Es steht eine wahrhafte, ruhmreiche Schlacht bevor, Bruder. Yo, Bruder. Äh, ich hab den Namen gerade falsch schon mal ausgesprochen. Ist mir auch aufgefallen, deswegen ist ich jetzt gerade unsicher. Und ja. Geister im Nebel. Durchsprechen sie die Linien der Talderin. Wir haben ja drei Folge, die wir machen können. Einmal Geister im Nebel. Schließen sie die Mission Geister im Nebel in der Mission Stimmontergang ab. Joa. Sammeln sie den Geister im Nebel 350. Seien von, äh, von den sich, äh, öffnenden Spalten. Zerstören sie den Geister, nehmen auf den Schwierigkeiten normal alle feindlichen Nexus. Das sollte normal, äh, machbar sein, oder? Ich denke, doch. Ladebildschirm. Ein wunderschöner Ladebildschirm. Errichten sie Photonkanonen auf den Rampen zu ihrer Basis. Dort bekämpft man gegnerische Angriffe am nicht. Leichtesten. Lade, 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 ich bin gespannt, drücken. Oh, hallo Talderin. Der Tempel von Eris. Hinter diesen Jahrtausende alten Mauern ruht unsere letzte Hoffnung. Talderin, riegelt den Tempel ab. Lasst niemanden herein, bis mein Werk getan ist. Jeder, der sich meinem Befehl widersetzt, wird mit seinem Blut bezahlen. Okay. Der Hochlord der Talderin ist hier. Das bedeutet nichts Gutes. Dies ist nicht die einzige Schwierigkeit, Seratul. Diese Welt steht kurz vor dem Untergang. Ähm. Die Vespin-Gas-Vorkommen unter der Oberfläche sind instabil. Der Planet wird immer wieder von Eruption geschüttert. Oh, ganz viel Vespin. Diese Spalte sind die letzten verbleibenden Quellen an Vespin-Gas. Wir werden uns zu ihnen durchkämpfen müssen, um genug Ressourcen für eine Armee zu sammeln. Ich hoffe, dieser Tempel ist dies alles wert. Ah, locker easy, bro. Ah, hoffe ich. Ich sehe einen Fluganleit. Fluganleit mit dem Kuhn. Ich bin die Stimme der Finsternis. Oh, hallo, Fassengleiter. Soknaku. Energie bei 100%. Ja, gut. Normalerweise ist es eine Fähigkeit, die man benutzen kann. Seratul, der Druck des Planetenkerns steigt kontinuierlich. Mit dieser Anzeige könnt ihr den seismischen Druck im Blick behalten. Ja, und? Macht eure Truppen bereit, vorzurücken. In Kürze wird sich ein Spalt auftun. Ja, volle Systeme. Ganz volle voraus. Ich will keine Tipps. Geh weg mit deinem F12. Ich will einen Flugplatz. Das heißt? Was ist jetzt passiert? Nichts. Drängen sie jetzt im Tempel vor. Oh, gut. Keine Zeit. Ich setze mal an, kriege ich mal ein Riss. Wir spinnen. Äh. Mach mal erstmal den hier umbauen. Ich bin schon gespannt, ob wir irgendwie so Upgrades mäßig wieder kriegen. Aber erstmal hier. Schön, groß und viel. Stimmt, was wirst du? In diesen Bereichen öffnen sich Spalte. Wir müssen schnell vorrücken, um das Vespin Gas einzusammeln. Echt? Wieso? Wer der Gegner sonst mal einen Vespin Gas haben? Das fände ich jetzt nicht knorke. Mein Leben für Ajoa. Mindestens für Ajoa. Wenn nicht noch für mehr. Mehr Kur hatten wir auch noch. Gut, dann rücken wir vor. Ihr seid auf mich angewiesen. Im Namen der Hache. Sehr weise. Wir sind alles mit den Schatten. Faszinierend. Wir bleiben hin verbauten. Oh, dann bauen wir halt Berserker. Wenn wir nur ein Fugdinger pro Teil bauen dürfen. Leben für Ajoa. Eeeh, eeeh, eeeh. Stimmen wir mal alles durch hier. Rote Stimmen. Ja, bin ja dabei. Der dunkle Gott hat keine Verwendung für euch. Ihr seid es nicht wert, weiterzuleben. Okay. Was auch immer da auf mich zukommt. Es wird mir wahrscheinlich nicht gefallen, dass es auf mich zukommt. Mein Leben für Ajoa. Ich dachte schon, da kommt nur einer. Oh, ich kann gleich noch eine bauen. Äh, zit. Mein Leben für Ajoa. Prismakern online. Die Taldarinen bauen diese Gesteinsformationen ab. Ja, ich registriere ungewöhnliche Seismische Aktivitäten. An diesen Stellen. Irgendetwas Wertvolles muss dort verborgen liegen. Okay. Wir sollten das näher untersuchen. Okay. Energie bei 100%. Kann ich vielleicht hier rüberfliegen? Kass. Kein Leben für Ajoa. Zeraton. Ich registriere eine weitere Option. Die Stellen, an denen sich Spalte bilden, wurden markiert. Veradak Choral. Ich sag mir nicht, ich kann nur an den Stellen. Oh, das ist so mies. Wie soll ich denn bitte so viele Vespien zusammenkriegen? Na, da heißt es, ich darf nur... Mein Leben für Ajoa. Heißt ja, ich darf nur an den Positionen, äh, rein theoretisch keinen einzigen Flug Einheit bauen. Durch Trotzen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Dann, mache ich mir genügend Mineralien. Wir sind eins mit den Schatten. Ganz wie ihr wünscht. Faszinierend. Wie ihr befehlt. Woher ist. Im Namen der Rache. Was ist denn der andere Spalt? Ich spalte es da um. ZZ. Hier wird nichts mehr rangeworbt. Ganz wie ihr wünscht. Wie ihr befehlt. Vorerst. Faszinierend. Komme ich da jetzt hin? Ja. Energie bei 100%. Volle Systemleistung. Wirkliche Vernichtung. Brauche ich das denn nur frei? Basis wird angegriffen. Ich werde das Gas mithilfe der leeren Suche aus dem Orbit extrahieren. Wo soll es geschehen? Ah, oder so. Wir stehen vereint. So, dann kommt mal alle hin. Wie heißt das hier? Oh, ich kriege jetzt super viel Power. Na gut, dann bräuchte ich nicht. Wenn ich mir Schild abkühlt. Wir werden so, ich will aber gar nicht fallen. Wir wollen auch gar nicht wollen. Wir sind auf einen zweiten Schacht gestoßen. Die seismischen Werte legen die Vermutung nahe, dass sich noch ein weiterer Schacht auf der Oberfläche befindet. Nein! Wie kommst du nur drauf? Wir sind hier erwiesen. Wenn mich die seismische Werte haltet. Volles Energie bei einem... Oh, oh! Ich hör grad nix. Ich hab... Was ist denn? Ich hab mein Audiokabel rausgezogen. Hallo! Neue seismische Aktivitäten. Ein Ausbruch steht kurz bevor. Auch dich hör ich grad nicht. An diesen Stellen werden voraussichtlich Spalte entstehen. Jetzt hör ich wieder was. Okay, das war dämlich. Jetzt hab ich zweimal das gleiche Gebäude gepusht. Äh... Du. Du bist... Du siehst so perfekt aus. Du bist... Du machst hier mal so ein paar Peilen hin. Dann machst du da nochmal ein Peilen hin. Äh... Kanonen hin. Käu.... H總是有基金起 Das Madame Sorknaku Be対 die Segandan Ahぶid Wollt man mir sagen. Irgendwas mit Kühen, die fallen. Ja, ich weiß da oben ist, was beings gr 않은. wir gehen da jetzt einören afin Wir gehen da jetzt schon sofort hin. Jetzt mal die Kräu sag ich hier hin. Was mostra fahrrad dort spieler spieler ein Stück zurückziehen Da unten ist noch einer. So erstmal hier Strom raus. Strom raus. Strom raus. Ihr scheint gleich zu kommen. Und jetzt könnt ihr auch alles hier gut machen. Im Namen der Rache. Gut. Aber ich dachte ihr bleibt cool. Ähm. So. Ich möchte bitte einen zweiten. Da ritten wir ein bisschen viel. So zweiten. Das habe ich schon leider erhöht. Zack. Dann hier die Schilde. Mein Leben für Ajoa. Ich bin die Stimme der Finstern. Phasenkristalle aufgeladen. So soll es so gehen. Volle Systemleistung. Und jetzt los. Beginne ver-nicht-riss-markeren online. Ich kuda anai. Wird ausgefüllt. So haben wir das schon mal erledigt. Kalibriere Linsen. Ist ja noch irgendwas. Da ist noch ein Schacht, der irgendwann sich öffnet. Immortal. Da ist den da weg. Der da weg. So soll es geschehen. Und den da auch noch. Da haben wir die da. Hervorragend, Serratul. Die Lehrensuche beginnt jetzt, Vespin-Gas aus allen drei Schächten abzubauen. In diesen Bereichen wurden zusätzliche Spalte entdeckt. Wie? Achso. So, solche Art von Spalten. Kommt her, meine Vespi. Drei krieg ich mal. Okay. Egal. Besser ist nix am. Äh, 10, ne? Ja. Nicht genügend Energie. Nicht Ayurs. So. Nochmal zwei. Sollte nochmal erstmal. Energie bei 100%. Beginne Vernichtung. Wird ausgeführt. Und sammeln. Nein, bevor der Stück runter schießt. Kudar Anay. Kas Arashar. Prismakern online. Ja, das ist gut, dass er online ist. Und jetzt muss ich ein bisschen Vespien sammeln wahrscheinlich, damit ich es wieder Fahrknopf kriege. Obwohl es auch egal ist. Kalibriere Linsen. Kas Arashar. So, den weg. Den weg. Kalibriere Linsen. Andakur Herak. So soll es geschehen. Hey, auf mich nicht zu schießen. Andakur Herak. Ik Kudar Anay. Kalibriere Linsen. Wird ausgeführt. So. Erstmal halt hier weg. Legil Vernichtung. Ik Kudar Anay. Den weg. Andakur Herak. Den weg. Volle Systemleistung. So soll es geschehen. Akur. Er wird ausgeführt. Andakur Herak. Beginne Vernichtung. Volle Systemleistung. Kas Arashar. Komm, den noch weg. Den weg. Es gibt glaube ich kaum noch sehr schwischen Druck oder? Volle Systemleistung. Kas Arashar. Akur da. Weg. So soll es geschehen. Kalibriere Linsen. Ja, ja, du kalibrierst so vieles. Wirkele Vernichtung. So soll es geschehen. Ik Kudar Anay. Kas Arashar. Volle Systemleistung. So soll es geschehen. So soll es geschehen. So soll es geschehen. So soll es geschehen. Andakur Herak. Bach. Zack. Ik Kudar Anay. ich registriere eine weitere option die stellen an denen sich spalte bilden wurden markiert ich befürchte dieser wunsch wird ihm verwehrt bleiben nein glaube ich nicht ich hätte nicht mit gerechnet dass sie das überleben um ehrlich zu sein wasen kristalle aufgeladen wir sind die klingen das ist die lehre sagt man sollte vielleicht nicht so viel rumspielen da werden die folgen auch nicht so lang ja meine schuhe für ihr habt ja was vergessen meine freunde da ist immer noch was über energie bei 100 prozent wird ausgeführt wird ausgeführt gut ihr sollt nicht so viel kalibrieren dann vernichte du mal hier hauptsache der gegner verliert die produktionsgebäude volle systemleistung an der kur herak beginne vernichtung kass aber schaar so soll es geschehen kalibriere linsen ich konnte an wird ausgeführt volle systemleistung ausgeführt das heißt ihr könnt hier runter gehen und ihr geht mal hier hin er hat auch keinen wespin da oben ist auch kein wespin also gibt es auch für karte keinen wespin nur diese komische stunden die alle drei sekunden irgendwie drei wespin geben oder so soll es geschehen hat da locals vergessen runter im 20 2000 wie ihr befehlt zack zack ganz wie ihr wünscht Phasenkristalle aufgeladen Ik Kudar Anahi Er hat ja was vergessen und da im Namen der Aache Klismakern versagt benötigen Unterstützung hätten wir da jetzt genügend oder ich weiß es schon gar nicht mehr welche F10 Erfolge Prolog ne 3500 Hebel ok Hündelt das Licht Ayewas Unsere Truppen haben den Tempel fast erreicht Wir sollten unsere Krieger sammeln und mit vereinten Kräften zuschlagen Ich bin dabei So soll es geschehen Kalibriere Linsen Riga Gebt alles was ihr habt und der Tempel wird uns gehören Das sowieso Vorwärts Für Ruhm und Ehre Kuo Herak Na komm kriegt ihr eben selbst Turn down Ik Kuda Anahi Ein Ausbruch steht kurz bevor An diesen Stellen werden voraussichtliche Spalte entstehen Zack Den mal Strom hier abdrehen So soll es geschehen Nix Strom Nix Nix kämpfen können Beginne Vernichtung Kas Arashar Kalibriere Linsen Anderkur Herak Ja genau Irgendwas mit Herak Zack Und hier rein noch Den weg Den weg Den weg Beginne Vernichtung Zack So soll es geschehen Und schon haben wir verkackt Wir sind eins mit den Schatten So stellen wir noch die ganze Basis Wir sind alle aufgeladen Mineralienfeld erschöpft Ja ich brauche jetzt auch keine Mineralien mehr Kalibriere Linsen Zack Das raus Das raus Das raus Das da raus Das 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 da Der Weg ist endlich frei Ja doch die Talgarim sind nicht dafür bekannt Niederlagen einfach hinzunehmen Sie werden Truppen schicken um ihren Hochlord zu befreien Wahrscheinlich eine ganze Streitmacht Geht Ceratol Findet die Antworten die ihr im Inneren des Tempels sucht Mit unseren Klingen werden wir euch genug Zeit verschaffen Ihr habt meinen Dank Talis Entaro Tasada Adun Toridas Gunda Ach ja schön So wir haben natürlich alle drei Erfolge Was sollte auch anders sein Wir waren doch einfach awesome Haben elf Einheiten verloren Haben dafür 160 gegnerische Einheiten vernichtet 70 Einheiten hatten wir Wie es weiter geht natürlich das erfahren wir erst in der nächsten Folge Denn ich sage tschüss und auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Das war es mit eurer Nervulf Und Legacy of the World An der ersten Mal Aos